Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo liebe Hörenden des Tele-Stammtischs. Hier sind wir wieder mit einer neuen Filmbesprechung für euch. Diesmal mit einem Sundance-Erfolg. Zumindest mehr oder weniger trägt dieser Film das mit sich herum, dieses Label. Da lief er zuerst auf Sundance und hatte seine Premiere. Und den diskutiere ich nicht alleine. Nein, ich, Lieder, bin in Gesellschaft, zumindest übers Ohr, verbunden mit Schlogger. Hallo Schlogger. Hallo liebe Lieder. Ja, wenn wir den Sundance-Titel uns anschauen im Internet, ihr könnt ihn ja nicht sehen, aber wir haben ihn auch auf der Line halt auf dem Poster überall gesehen. Sehen wir dahinter auch zwei asiatische Schriftzeichen und weißt du, ob das japanisch oder chinesisch ist? Müsste es nicht Taiwanisch sein? Ich glaube ja, aber ich weiß es nicht. Aber du weißt, was in dem Film passiert und fass das kurz für uns zusammen. Ja, also Didi, der Film, ist ein Coming-of-Age-Film, der in Kalifornien im Jahr 2008 spielt. Genauer gesagt im Sommer. Wir begleiten einen 13-jährigen taiwanisch-amerikanischen Jungen, der Chris heißt. Und eben seine letzten Ferien, bevor er in die Highschool kommt. 13 Jahre, wir wissen schon, das ist ein schwieriges Alter. Und so werden wir auch hier Didi begleiten, wie er so ein bisschen von der Kindheit ins Erwachsensein rüberschwappt, wie schon Coming-of-Age sagt. Es ist 2008, das heißt, das Thema Social Media wird immer stärker, vor allem YouTube und auch Facebook. Er wird, wir werden hier mit Liebeskummer konfrontiert, mit Freundschaften, aber auch mit Geschwistern und mit dem Thema, dass seine Herkunft und auch seine Beziehung zu seiner Mutter mitbringen wird. So als kleiner Themenanriss hier. Aber ganz kurz gesagt, ein Coming-of-Age-Film, der in Amerika spielt. So kann man das perfekt zusammenfassen. Der Hauptcharakter hier, der Didi genannt wird, zumindest auf dem Poster und als Filmtitel, ist ganz interessant, denn man nennt ihn im Film nämlich selten so. Das ist dir wahrscheinlich auch oft gefallen, dass man das so hört und dann denkt, na, so wird der wahrscheinlich von allen als Spitzname gerufen und dann feststellt, dieses Wort kommt sehr, 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 sehr lange überhaupt nicht vor. Ja, stimmt, das hat mich auch irritiert ein bisschen. Wie wird er nochmal genannt? Er hat doch einen ganz anderen Spitznamen im Film. Genau, man nennt ihn Wang Wang. Eine kindliche Nebenfigur im Film sagt, das klingt so ein bisschen wie etwas, was die Ente macht. Ich musste immer an was anderes denken bei Wang Wang, aber gut, so wird er genannt, denn das ist ganz interessant, der Hauptcharakter heißt Chris Wang und das ist kein Zufall, wenn ihr mal hier vielleicht schaut, wie der Regisseur heißt, nämlich Sean Wang und dass wir hier auch andere Personen in der Cast mit diesem Namen haben, das ist ein autobiografisch, zumindest stark inspiriert der Film. Wir wissen nicht, ob das jetzt eins zu eins die Jugend von Sean Wang war, aber der Film ist auf jeden Fall semi-biografisch und tatsächlich sehen wir auch die Großmutter des Regisseurs in einer Nebenrolle als Großmutter des Hauptcharakters. Also die familiären Verbindungen sind absolut noch deutlich vorhanden. Wie hat dir denn, ja, fragen wir es mal so, wie hat dich denn das Ganze überzeugt? Dachtest du, als es jetzt mal wieder hieß, oh, Coming-of-Age-Story endlich oder schon wieder? Coming-of-Age kann ausgelutscht sein, aber ich habe mich darauf gefreut. Ich wusste mal wieder vorher gar nichts über den Film, also ich wusste nicht mal, dass er in Amerika spielt, ich habe nur das Poster gesehen und wusste daher, es wird irgendwas mit zumindest asiatischen Wurzeln haben oder Thematik und fand es daher auch sehr spannend, dass der nicht nur, also klar, er hätte meiner Ansicht nach gerne überall spielen können in allen Kulturen, dann war es halt hier wieder mal, in Anführungszeichen, Amerika. Aber ich wusste nicht, dass er 2008 spielt und das fand ich ganz interessant, weil es kommt ganz oft zum Beispiel der AOL-Messenger vor und ich war dann direkt zurückgeworfen, weil ich war 2004, ein halbes Jahr in Amerika und habe da auch sehr viel den Messenger benutzt und die ganzen Sounds und Geräusche und das Aussehen, das habe ich so lange nicht mehr gesehen, deswegen war das zumindest ein Teil, mit dem ich neudeutsch dann gut viben konnte. Wie ging es dir denn damit? Ich habe das alles wahrgenommen und ich wusste, dass der Film 2008 spielt, ich hatte die Synopsis gelesen von Sundance, also wusste da ungefähr ein Bild davon, worum es grob geht und tatsächlich muss ich sagen, das Poster ist meiner Meinung nach das Originellste an dem Ganzen, denn was du hier bereits erwähnst, diese Elemente wie zum Beispiel Snapchat oder MySpace, was damals noch genauso relevant ist wie Facebook, heute völlig unter ferner Liefen, all das kommt vor und man sieht es auch immer wieder prominent platziert, aber das ist dann einfach nur so ein nostalgischer Touch, der auch ganz offensichtlich dazu dient, die Publikumszielgruppe anzusprechen, weil die meisten ja sich etwa in dem Alter des Regisseurs befinden, zumindest von der Hauptzielgruppe und dann eben offenbar genauso reagieren, dass man sich so, oh, das habe ich ja früher aufgenutzt und all die Änderungen werden wasch. Genau, so wie ich. Genau, aber das gibt dem Film eben nichts. Es macht die Charaktere nicht interessanter, es kreiert auch keine besondere Atmosphäre, es ist nicht irgendwie für besonders lustige Witze oder Szenen, es ist einfach nur etwas, was zufällig da existiert und wie ich finde, ist das, dass der einzige Zeitkolorit ist, neben zwei, drei Band-Namen fand ich das sehr beschränkt. Wir sehen nämlich ansonsten überhaupt nichts davon, in welcher Zeit die eigentlich sind, außer dass wir diese technischen Vehikel haben, mit denen dann ab und zu mal kommuniziert wird, aber die könnten sich genauso gut eine Mail schreiben und es würde nichts an der Handlung ändern. Und das fand ich dann fühlte sich sehr manipulativ und auch sehr reduktiv an. Ich finde es ein bisschen, ich sehe es ein bisschen anders, weil ich zumindest durch YouTube, man sieht da, dass ja eher die Anfänge von YouTube waren. Also ich gebe dir recht insofern, als dass das alles auch heute hätte passieren können, aber dadurch, dass es die Anfänge waren und eben auch MySpace und Facebook, dass man da so gesehen hat, dass die Jugend sich da erst so reinfinden musste. Also welche Nachteile das auch mit sich bringt, dass zum Beispiel man einfach jemanden blockieren kann oder man einfach Freundschaften vertiefen kann. Klar geht es heute auch, aber da waren es eben die Anfänger. Und dieses Gefühl hat mir der Film schon so mitgegeben, auch dass der Hauptcharakter ja dann auch sich interessieren wird für Skateboard-Videos, was er dann über YouTube auch nutzen will oder dass er auch Probleme mit sich bringt, die auch YouTube eben startet. Klar, gibt es heute auch, aber damals waren es eben die Anfänge. Und so habe ich es auch verbunden mit diesem Coming of Age gesehen, dass es für ihn eben die Anfänge waren, ganz viele Dinge, in die er sich da reinfinden musste. Ja, es gab dieses Elemente, aber wir sehen halt zum Beispiel, also selbst von politischen Ereignissen oder dergleichen sehen wir fast gar nichts. Dann fand ich es auch auffällig, dass der Soundtrack, wo ich erwartet hätte, dass er vielleicht uns etwas mehr von dieser Zeit vermittelt, auch sehr generisch, sehr austauschbar wirkt und da nichts weiter reinbringt. Nicht mal die Kleidung ist besonders zeitgemäß mit der Ära, in der sie ist. Ich hatte das Gefühl, dass also, also es ist nichts zu übersehen, dass die Leute sich da nicht so besonders viel Mühe gegeben haben, was das betrifft. Aber nun geht es ja auch um die Figuren. Konntest du dich denn ansatzweise mit dem Hauptcharakter identifizieren? Also, was ich gut fand, ist die Darstellung von sich verloren fühlen in der Pubertät, was eben Coming of Age Film auch zeigt. Und ich fand das jetzt mal ein bisschen weg vom Hauptcharakter, bei allen dieser Jungsgruppe, die wir da sehen, oder nicht nur Jungs, auch die Mädchen, alle, die wir da eben sehen. Ich fand, die Schauspieler haben das liebenswert authentisch rübergebracht. Das waren jetzt alles keine hochpoliert, hübsch aussehende Menschen, was ja sehr wichtig ist bei sowas, sondern die haben irgendwie auf ihre Art so gut, wie ich gerade sagte, auch authentisch gespielt, fand ich zumindest, dass ich denen das abgenommen habe. Und wie ging es dir mit denen? Ja, leider kann ich das nicht bestätigen. Das Schauspiel ist okay, es ist passabel, aber es ist niemals gut. Es ist niemals wirklich ergreifend oder überzeugend. Und besonders der Hauptdarsteller ist hier eher mittelmäßig. Wir haben nicht das Gefühl, dass ihn irgendetwas von den Dingen, die um ihn herum geschehen, wirklich bewegt. Und daraus entwickelt sich aber auch nichts. Es ist ja auch durchaus möglich, dass Menschen eher gefühlsneutral oder vielleicht ein bisschen apathisch sind. Aber auch das ist hier nicht so. Also diese Mimik und was wir hier sehen, ist sehr begrenzt. Und das hängt auch sicher damit zusammen, dass die Dramatik sehr begrenzt ist. Denn was passiert denn eigentlich in diesem Film jetzt, außer dass der 13 ist? Ja, also ich fand schon, also klar, was ich vielleicht mit authentisch meine, ich finde die Spiele so ein bisschen einfacher. Aber dadurch habe ich es denen eben abgenommen. Und die Mimik, die du meinst, er lächelt halt quasi nie. Ich kann mich zumindest gerade nicht daran erinnern. Und dadurch hatte ich aber das Gefühl, ich habe dem Film schon die Schwere abgenommen, die aus nichts kommt in diesem Alter. Also dass du durch vermeintlich, also es sind mini kleine Sachen, die da passieren, aber die fühlen sich so schlimm und erdrückend an. Das habe ich schon auch mitgefühlt. Welche Dinge würdest du da sagen, sind schlimm oder erdrückend oder fühlen sich so an? Ja, also dass er, er wechselt ja quasi seinen Freundeskreis oder zumindest gibt es Tendenzen in die Richtung. Und er brennt so die Brücken hinter sich ab, weil er denkt, okay, da ist jetzt, er kann sich mit dieser Skatergruppe zum Beispiel anfreunden. Oder er trifft ja auch das Mädchen, in das er verknallt ist und verhält sich da nicht perfekt. Und das Mädchen nimmt es ihm ja gar nicht so krumm, aber er reagiert darauf so extrem, weil es sich für ihn so schrecklich anfühlt, was er da gemacht hat. Und auch, dass er seine Freundschaft, seine alte Freundesgruppe so ein bisschen verliert. Und als ihm dann klar wird, dass er eben gerade, wie erwähnt, diese ganzen Brücken hinter sich verbrannt hat und er dann ja so nachts einmal rumspaziert durch die Stadt, das konnte ich schon mitfühlen. Und das war für mich so ein Moment, dass es eigentlich Dinge sind, die gar nicht wichtig sind, aber für einen Jugendlichen, der seinen Platz in der Welt sucht, eben wie das größte Problem der Welt wirken. Ja, also man kann nicht leugnen, dass dieser Film eben in einem sehr privilegierten Milieu spielt. Wir sind hier in der wohlhabenden amerikanischen Vorstadtgesellschaft. Reale Probleme existieren zumindest für den Hauptcharakter und seine Clique nicht. Es gibt aber interessanterweise durchaus Nebenfiguren, die in der Tat Probleme haben, die etwas schwerer wiegen oder in deren Leben zumindest interessantere Dinge passieren. Aber die sind einfach auf die Nebenbänke geschoben. Und das Auffällige ist, dass fast alle diese Figuren Frauen sind. Dass also hier die minimalen Drahen dieses pubertären Jungen uns wie gewaltige Tragödien dargestellt werden. Aber das wirklich zumindest einigermaßen Relevante, was in diesem relativ wenig relevanten Filmkosmos geschieht, das wird ignoriert und banalisiert und nur als, wenn überhaupt, dadurch noch entschuldigt und verharmlost, dass ja diese Figuren das Glück haben, mit dem Hauptcharakter zusammen zu sein. Und dessen Verhalt, du hast gerade gesagt, er brennt Brücken hinter sich ab, er benimmt sich seiner avisierten hier Love Interest gegenüber nicht ideal. Das finde ich, das ist äußerst milde ausgedrückt. Denn man kann es eigentlich kaum anders sagen, der Hauptcharakter ist ein richtiges Arschloch. Arschloch? Nee, er ist halt super unsicher in dem Moment mit dem Mädel da auf dem Spielplatz. Also da verhält er sich doch nicht wie ein Arschloch. Danach verhält er sich wie ein Arschloch, weil er mit seinen Gefühlen überhaupt nicht klarkommt. Und dann super extrem reagiert. Aber er versucht es ja wieder gut zu machen dann auch. Also der Filmcharakter, den wir sehen, also dass der kein guter Mensch ist oder kein besonders sympathischer Typ, das, denke ich, ist keine Frage der Interpretation, also zum Beispiel nur mal so ein Beispiel. Ja, kein sympathischer Typ. Ich fände den auch nicht sympathisch. Also seine ganze Clique ist nicht sonderlich sympathisch und nicht zu sagen abstoßend. Aber er ist wirklich mit Abstand in mehreren Dingen, die er tut, der Schlimmste. Er ist grundlos aggressiv zu seiner Mutter und seiner Schwester. Er amüsiert sich über Tierquälerei. Er beschimpft Leute in seinem Umfeld völlig grundlos. Er ist extrem manipulativ. Er ist unaufrichtig und untreu in seinen Freundschaften. Also ist nur dann mit Leuten befreundet, wenn er das Gefühl hat, mit denen sieht er gut aus. Sobald er in Anführungsstrichen bessere Freunde in Aussicht hat, lässt er die anderen sitzen. Wenn die besseren Freunde dann doch nichts mit ihm zu tun haben wollen, geht er wieder zurück und versucht, die anderen wieder zu animieren. Also da ist überhaupt gar kein irgendwie menschliches Interesse bei ihm da für irgendwen. Egal ob familiär, romantisch, freundschaftlich. Sein einziger Fokus ist er selber. Aber was ich ja markant fand an dieser Inszenierung, ist, dass der Regisseur, wenig verwunderlich, denn es handelt sich ja um seine eigene filmisch interpretierte Jugend, das überhaupt nicht als irgendwie kritikwürdig zu empfinden scheint, sondern das normalisiert und banalisiert. Und was wir hier im Prinzip sehen, ist nichts anderes als so eine Art Frühstufe von toxischer Männlichkeit. Aber hattest du nicht den Eindruck, dass die Lösung des Films das Ende gerade zeigen will, dass ihm das bewusst wird und er das ändern möchte? Nein. Okay, klare Antwort. Ich hatte da schon Tendenzen gesehen dazu, dass ihm eben klar wird, was ich auch eben meinte, dass als er diese Brücken sich so bewusst macht, dass er merkt, dass er sich so nicht verhalten kann. Also es ist jetzt klar, dass er nicht aufwacht und alles anders macht als vorher. Aber dass zumindest so eine kleine Wandlung stattfindet. Und auch die Beziehung zu seiner Mutter wird ja ein kleines bisschen mehr beleuchtet. Jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht wahnsinnig, aber so ein bisschen minimal. Und da sind wir ja schon eine Wandlung. Und auch, dass er dann auf das Mädchen dann zugehen wird. Es ist minimal, klar. Aber es ist hier nun mal ein bescheuerter Jugendlicher, der seinen Platz erst findet. Ich will auch gar nicht verteidigen, wie er sich verhält, weil da hast du recht, das ist alles beschissen. Aber ich sehe einfach auch, dass man sich in diesem Alter speziell total beschissen verhält. Ich denke, das ist genau das, was der Film eigentlich intendiert und was ein großes Problem dieses Films ist und was den nicht nur ambivalent, sondern wirklich unangenehm macht. Nämlich, dass der Film dieses Verhalten als normal darstellt, als entschuldbar und das Ganze auf so einer Schiene, bei der mir immer schon so leicht die Kotze hochkommt, nämlich so Boys will be Boys. Jungs sind eben so. Und das Ding ist, Jungs sind eben nicht einfach mal so. Der Film suggeriert uns, dass das irgendwie akzeptabel sei und man sich damit abfinden müsste. Und dass es auf gewisse Weise sogar cool sei. Denn uns werden ja ganz viele dieser Momente präsentiert, wo wir entweder drüber lachen sollen oder denken sollen, wow, wie krass. Oder traurig sein sollen und mit dem Hauptcharakter fühlen sollen. Und schon allein, dass der Regisseur einen Film daraus macht und sich selber in den Mittelpunkt rückt und das so unkritisch, ist ja auch eine Form der Selbstidealisierung und Selbststilisierung. Er hätte ja auch den Film zum Beispiel über seine Mutter machen sollen, in deren Leben nämlich wirklich ein paar tragische und relevante und herausfordernde Dinge offenbar passiert sind. Sie ist, wie man nur ganz vage angedeutet sieht, offenbar mit ihrem Mann, ohne wirklich Englisch zu können, in die USA gereist. Ist da emigriert, musste sich da behaupten, in einem völlig fremden Umfeld. Aber davon sehen wir nichts. Sie musste ihre eigenen Träume aufgeben. Der Verlust der Persönliche, der dadurch ihr entstanden ist, der wird vollkommen negiert. Und zwar auf der Ebene wird der negiert, dass es ja so großartig sei, diesen Jungen als Sohn zu haben, dass jeder eigene Traum, den sie je gehabt haben, könnte ja nur zweitrangig sein kann. Und wenn man das als Regisseur bringt über sich selber, ist das schon sehr, sehr heftig. Wir sehen auch von dem Hauptcharakter, wir sehen keine Entschuldigung. Wir sehen auch keine Handlung, die irgendwie ein Verhalten ändert oder dergleichen, wo man irgendwie sieht, okay, er sagt es nicht, aber er tut was. Alles, was er macht, ist immer nur in seinem eigenen Interesse. Wenn er zum Beispiel wieder Kontakt mit seinen alten Freunden aufnimmt, ist das, weil er wieder Freunde haben will. Aber nicht, weil er irgendwie sieht, oh, ich habe mich zu euch scheiße verhalten, es tut mir leid, ich möchte das ändern. Sondern es ist immer einfach nur egoistisch motiviert. Und der Film zeigt das als absolut akzeptabel. Und das finde ich mehr als fragwürdig, gerade weil es ja auch ein Film ist, der ein junges Publikum nicht ausschließlich, aber auch anspricht. Also was, wo ich mit dir beeinstimmen würde, ist, dass hier vielleicht eine klare Auseinandersetzung mit seinem Verhalten, eine klarere fehlen würde. Aber dieses, dass wir sein Verhalten als cool oder als lustig sehen sollen, so habe ich das gar nicht wahrgenommen. Klar, ob jetzt eine jüngere Zielgruppe das auch so sieht, der die Weisheit unseres Alters fehlt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich habe das schon vermehrt so gesehen als, wir sehen hier, wie sich jemand beschissen verhält. Und das sollen wir auch sehen. Wir sehen, wie er seine Umwelt beschissen behandelt. Und dein Hauptkritikpunkt ist ja nicht, dass wir das sehen, sondern du meinst, dass das eben nicht gut genug aufgelöst wird oder thematisiert wird, oder? Ja, wie es geframed wird, das ist die Frage. Die Frage ist nicht nur einfach, was sehen wir, sondern wie wird es filmisch dargestellt? Es ist ja nicht, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, jemand tritt, jemand nimmt vor das Schienenbein, ist die Frage, stelle ich das lustig dar, stelle ich es als Tragödie dar, stelle ich es als Action-Szene dar? Und die Problematik ist hier zum einen, was wir sehen, aber auch wie das, was wir sehen, inszeniert und präsentiert wird in diesem Film. Ja, ich habe vielleicht einen anderen Hintergrund, aber ich fand das nicht, ich fand schon, dass es halbwegs aufgelöst wird. Das geht natürlich auf jeden Fall besser, da ist dramatisch Luft nach oben, aber speziell auch die Geschichte mit seiner Mutter, die wirklich, wie du sagst, eine sehr viel interessantere Geschichte gewesen wäre, die aber eben nicht Thema dieses Films ist, fand ich trotzdem für eine Randfigur schön dargestellt. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich diese Schwere der Pubertät fühlen konnte und ich konnte auch das Leiden der Mutter aus Muttersicht nachfühlen. Es sind hier nur kleine Themen, die minimal angerissen werden, aber trotzdem war das in diesem Film, in dem, wie du sagst, auch nicht viel passiert, habe ich aus den kleinen Dingen doch eben diese Schwere spüren können. Hat der Film dich vielleicht an irgendwelche anderen Filme erinnert? Hattest du da spontan Assoziationen? Oh Gott, bitte frag mich sowas nicht, da fühle ich mich direkt ultra dumm, weil bei solchen Fragen fällt mir direkt gar nichts ein. Du, dir ist doch bestimmt einer eingefallen. Ja, und zwar einer ganz bestimmt, nämlich Mid-90s. Das war ein Film, der vor ein paar Jahren lief und auch ein Jung in, natürlich, wie der Titel sagt, dann in dem Fall in den 90ern, aber der ein bisschen gestagated hat in seiner Freizeit. Hier ist der Hauptcharakter Didi, der skatet nicht, aber befreundet sich kurzzeitig mit so einer Skater-Clique, der in so einem privilegierten Umfeld lebte, deren Mädel verknallt war. Und da waren sehr, sehr viele Parallelen da und so habe ich stark das Gefühl, dass der Regisseur diesen Film einfach gesehen hat, Mid-90s, der auch recht erfolgreich lief und sich gedacht hat, ja cool, so war ich ja auch und dann das danach gemacht hat. Und findest du, dass Mid-90s ein besserer Film ist? Also würdest du eher den dann empfehlen? Nein. Okay, auch nicht. Also Mid-90s ist, wenn ich jetzt die Filme vergleichen muss, ist Mid-90s der bessere Film, weil er besser inszeniert ist, weil er besser gespielt ist, er hat eine bessere Kamera. Also insofern wäre das der Film, der empfehlenswerter ist, aber ich würde auch Mid-90s nicht empfehlen. Also das ist alles relativ. Aber wie fandest du denn hier Kamera, Szenenbild, so die kleineren oder die, kleinere sind natürlich nicht klein, aber die weiteren Aspekte? Ja, also wir haben ja schon, es ist eher, es soll ja so ein bisschen, also es ist keine Handkamera, oder ich weiß es nicht, aber schon so, dass wir halt nah am Charakter fühlen sollen. Es gibt kleinere Spielereien, die wir halt sehen, als es die obligatorische Drogenerfahrung auf der Party gibt. Und ansonsten war das jetzt nichts, was mir als herausragend aufgefallen ist, aber genervt hat es mich auch nicht. Wie fandest du die Inszenierung? Also die Inszenierung ist eben eindeutig so unter ferner liefen. Man hat sie sofort wieder vergessen, ist es handwerklich passabel, aber auch in keiner Form irgendwie originell oder besonders einfallsreich. Wenn man immer ein bisschen aufwartet, ja jetzt könnte man ja das so oder so machen, oder man denkt vielleicht, da wird jetzt hier die Kamera ein bisschen innovativer sein, dann passiert das einfach immer nicht. Und auch da, finde ich, ist so eine vertane Chance, weil man, wenn man wenig Handlung hat, ja die Möglichkeit hat, mit anderen Dingen so ein bisschen experimenteller zu sein oder sich mehr zu trauen und dem Ganzen doch ein bisschen Schwung zu geben. Aber da passiert halt leider auf gar keiner Ebene was. Und dann möchte ich mal so die Frage stellen, du merkst schon, dass es vielleicht ein bisschen auf eine Suggestivfrage ist, wie man vor Gericht sagen wird, aber hast du denn etwas an dem Film konkret vermisst? Oder gab es Elemente, wo du dachtest, dieses oder jenes Thema wird vielleicht aufkommen, aber es kam nicht auf? Nein. Nein, Herr Richter, ich beantworte das kurz und knapp, ganz entgegen meiner Natur. Mir ging es nämlich so. Dir ging es dir, genau. Ja, nämlich, dass ich die ganze Zeit dachte, es wird doch jetzt zumindest ansatzweise uns gezeigt werden, wie das für ihn ist, als asiatisch-amerikanisches Kind in diesem fast oder vorwiegend weißen Umfeld aufzuwachsen. Ja, wobei wir haben ja, sein Freundeskreis ist ja recht divers dann mit verschiedenen Ethnien. Genau, zum einen das. Also wir sehen hier eine doch recht ethnisch durchmischte Vorstaatwelt, was für mich überraschend war, weil ich nämlich gerade dieses Milieu immer, natürlich nur aus meiner distanzierten Perspektive aus Deutschland, ich habe nie in den USA gewohnt oder gelebt und auch keine irgendwie soziologischen Studien durchgeführt, also vielleicht ist das mein eigener verzerrter Blick. Aber dieses typischerweise weiße, mittelständische Milieu ist da sehr divers und auch eine ziemlich große asiatische Community scheint zu existieren, weil wir nämlich Szenen zum Beispiel sehen, in der so eine Gruppe von Kids, die alle etwa in seinem Alter sind, in so eine Cram School kommen, um dann für den Unterricht zu pauken. Und wenn es schon reicht, um nur Kinder aus diesem Alter zu haben, die so eine Miniklasse füllen, dann heißt das, dass ja eine relativ große Community bestehen muss. Also sowas wie Rassismus, Diskriminierung oder Segregation kam im gesamten Film überhaupt nicht vor. Und so wie das Milieu dargestellt wurde, hätte man annehmen können, dass das eigentlich ideale Integration, sowas existiert gar nicht. Zumindest nicht in seinem Milieu, in dem er aufwächst. Das halte ich auch für fraglich. Moment, was stört dich da dran? Kannst du es für mich nochmal ausführen? Ich habe das Gefühl, nein, ich fühle mich anders, sorry. Verhassbild, neunmal ansammelt. Also die Idealisierung, dass dieses mittelständische Milieu ist, was hier als perfekt, divers, integriert, multikulturell dargestellt wird, ohne dass irgendeine Form von Diskriminierung oder Segregation oder Ausgrenzung zu existieren scheint. Der Film gibt uns den Eindruck, dass eigentlich alle in Harmonie leben und es selbst in den mitteltypischen, mittelständischen, typischerweise konservativen Gesellschaften schon eine perfekte Integration und Diversität stattgefunden hat. Und zumindest auf ethnischer Ebene. Andere Faktoren spielen da keine sonderlich große Rolle. Also natürlich ist es rein klassistisch alles weiter segregiert, aber auf ethnischer Ebene eben diese perfekte Integration und dass sowas wie Rassismus oder dergleichen da zumindest für die Leute in diesem Milieu kein Thema ist. Vielleicht war das ja sein Empfinden, dass es in diesem Umfeld für ihn nicht existiert hat. Und das ist eben wieder diese Frage, dieses leicht eine Problematik in dem Film sehr, weil es nämlich entweder einen sehr reduktiven Gesellschaftsblick darstellt. Man sagt, okay, mir ging es gut, dann ist ja alles super, ein Problem existiert nicht. Und sich zugleich aber auch hinterfrage, ob es denn nicht doch Dinge gab, die entweder ihn nicht genug interessiert haben oder die er aus opportunistischen Gründen nicht erwähnen möchte oder die er einfach ignoriert hat. Moment, ich muss auch mich selbst widerlegen, weil er wird ja an einer Stelle im Film seine Herkunft verleugnen. Also es scheint schon irgendwo eine Thematik für ihn zu haben oder er scheint schon irgendwie das Gefühl zu haben, einer bestimmten Gruppe gegenüber, warum auch immer, das wird ja im Film nicht ausgeführt, dass er eben nicht, dass er nur Halb-Asiate sei. Genau und wir sehen aber nie, also wir sehen das, diese Szene wird auch nochmal später aufgegriffen, hat also offenbar durchaus ein dramaturgisches Gewicht oder soll dies haben. Wir sehen aber nie, warum er das macht, weil keine reale Motivation dazu existieren scheint. Es gibt Asiaten in seinem Umfeld, man weiß nicht, warum sagt er jetzt auf einmal, er sei Halb-Asiate? Gerade weil er sich da zu dem Zeitpunkt in einer Gruppe zu befinden scheint, die ihn schon voll akzeptiert hat. Ja, das habe ich auch unter schwachsinniger Jugendlicher, pubertäres Hirn, was machst du, der Junge, abgespeichert. Der Konflikt, der dadurch erzeugt wird, den fand ich auch ein bisschen arg künstlich. Das hat mich auch genervt, die Szene dann. Da mich viele Szenen genervt haben, kann ich dem nur beipflichten. Aber das ist es eben, dass wir hier viele Konflikte oder Streitereien haben, die forciert wirken und dazu eben noch sich um völlig banale Dinge drehen. Und das ist einfach nur ein äußerst privilegiertes Problemchen, die dann aber nicht selbstkritisch reflektiert werden, sondern zu echten Problemchen aufgebauscht. Aber du konntest trotzdem mitfühlen. Dann frage ich mal, gibt es noch irgendwas, was du zu dem Film sagen möchtest, bevor wir zum Fazit übergehen? Dinge, die du anmerken möchtest oder dergleichen? Ja, also ich will ja kurz sagen, dass man ja auch privilegierte Menschen ihre kleinen Problemchen haben dürfen und wir hier bei einem Coming-of-Age-Film eben über das Thema Pubertät sprechen, was eben nicht so leicht ist. Ich habe sonst nichts groß zu sagen. Dann hau du doch gerne dein Fazit raus. Oder sagt man Fazit? Auf welcher Sinne betont man das? Jetzt bin ich gerade fasziniert. Ja, Fazit oder Fazit? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin mir nie so sicher. Das ist so wie mit Quinoa oder Quinoa oder Quinoa. Ah, gutes Beispiel. Oder wie Gluten oder Gluten. Ja, okay. Aber dann hau du doch dein Fazit hier raus. Genau. Also all diese Fragen hier, die wir beide gerade aufgeworfen haben, Gluten oder Gluten oder das Ganze, das sind alles interessantere Fragen als irgendein Problem, das in diesem Film vorkommt. Dramaturgisch, schwach, schauspielerisch, besten- und kameratechnisch, bestenfalls mittelmäßig. Ein privilegiertes, selbstgefälliges Milieu, das nicht kritisch reflektiert oder hinterfragt wird. Und vor allem sehen wir hier einfach die Idealisierung, die Normalisierung und die Bagatellisierung von toxischer Männlichkeit in ihrer Frühstufe. Und das braucht einfach niemand. Dazu wirkt das ganze Szenario eben völlig derivativ. Derivativ ist es, wenn ihr jemals irgendwie, sagen wir mal, zwei oder drei Coming-of-Age-Filme gesehen habt, dann könnt ihr euch diesen Film als eine Art Mischung daraus vorstellen. Da ist nichts irgendwie drin, was diesen Film spannend, originell oder sehenswert macht. Und er ist nicht mal irgendwie als dieses Derivat, das er ist, gut gelungen. Sondern wirklich nur schwach, mit einem vollkommen unsympathischen Hauptcharakter, den man wirklich einfach nicht zusehen möchte, wo es absolut keinen Spaß macht, mit dem die ganze Zeit, jetzt auch nur zwei Stunden zusammenzusitzen. Daher kann ich das wirklich nicht empfehlen, dass es wirklich wahre, ja, straight-to-home-viewing. Und auch da gibt es keinen wirklichen Grund, den Bildschirm anzuknipsen. Und damit gebe ich weiter zu Schlogger. Also, womit wir uns einig sind, das ist kein Film, den man im Kino sehen muss. Ich muss aber eine durchaus positivere Lanze als du schwingen, was ja wahrscheinlich auch nicht schwer ist. Also klar, das ist nicht der beste Coming-of-Age-Film, in keinster Weise. Ich hatte aber trotzdem durchaus mit dem Film meine guten Momente, weil ich eben das Gefühl hatte, dass wir hier das vollkommene Verzweifeln von einem pubertierenden Menschen sehen, der eben dumme Entscheidungen trifft und die dann auch über ihn hereinbrechen werden. Und ich eben fühlen konnte, wie sich diese Schwere anfühlt, wie sich diese lächerlichen kleinen Probleme, wie das größte Problem der Welt anfühlen. Und eben nicht nur aus seiner Sicht, sondern auch dann, als die Thematik mit der Mutter zu kurz, auf jeden Fall, aufgegriffen wird, konnte ich eben auch noch ein bisschen aus Muttersicht da mitfühlen. Ich fand die Schauspieler, irgendwie konnte ich mich denen gut nähern, weil die so natürlich wirkten. Und dadurch hatte ich da einen relativ guten Zugang. Das kann aber auch daran liegen, dass ich schon länger keinen Coming-of-Age-Film in letzter Zeit mehr gesehen hatte, wodurch der Film bestimmt auch ein bisschen an Wert verlieren würde. Aber ich bin auf jeden Fall dem ein bisschen positiver zugestimmt als Lida. Ich habe hier jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung, dass ihr den sehen müsst, aber es ist ein kleiner, leichter Film. Und wenn ihr auf Coming-of-Age-Filme Bock habt, dann könnt ihr euch den zu Hause meiner Meinung nach, macht ihn doch einfach mal an und bildet euch eure eigene Meinung darüber. So, das war es von mir. Ja, vielleicht sollte ich noch anmerken, dass zumindest die Nebenrolle der Mutter mit Joan Chan sehr gut besetzt war. Also da hätte man gerne etwas mehr gesehen, aber hat es leider nicht. Ja, sie war gut. Und ihr könnt den Film ab dem 15.8. im Kino sehen, wenn ihr wollt. Didi startet dann. Er lief bereits auf dem Filmfest München und in Sundance, wenn ihr euch da noch weiter informieren wollt. Ansonsten ist eure 1A-Quelle für Filmkritiken und alles andere, was sich ums Kino dreht, natürlich der Tele-Stammtisch. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und auf unserer Website Tele-Stammtisch.de und ich gebe ihnen ab zu Schlogger. Das war es dann nämlich von meiner Seite. Ich bin Lida und hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Danke, liebe Lida. Und wo wir schon bei der ganzen Werbung sind, ihr könnt auch auf unseren Discord-Channel gehen. Daher könnt ihr mit uns quatschen und zu verschiedenen Thematiken auch Feedback geben oder Anmerkungen aufwerben und uns auch gerne sagen, ob ihr lieber Fazit oder Fazit sagen würdet. Dann sage ich auch noch danke fürs Zuhören. Mein Name ist Schlogger und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Besprechung auch wieder reinhört. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.